Was geht Leute, ihr kommt zu einem neuen Video heute mit ihr mit Lea. Hi! Wir drehen heute eine TikTok Nachstellen Challenge. Wir haben wieder ein TikTok Nachstellen Video. Ich habe so coole TikTok draußen. Du bist ja die beste TikTok-Tänzerin der Welt. 1, 2, 3, let's go! Was ist das? Okay, das ist das erste TikTok. Wirst du ready? Das kennst du zu 100%. Also pass auf. Ah, ich weiß schon was davon. Ja, ja, ja. Okay, das nächste TikTok. Und zwar ein Tanz. Ich bin ja bekanntlich am Anfang ein unfassbarer TikTok-Tänzer. Okay, ich zeig's dir. 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 Perfekt. Das ist also sehr innovatisierter Tanz. Ich find der ist auch sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall nachstellen. Wir müssen aber synchron sein. Wir müssen schon synchron machen. Manchmal. Ah, wir gehen jetzt auf die Kamera weg. Und dann? Ah, dann geht hintereinander einfach. Okay. Das ist horrible production. Was soll ich machen? Wir gehen von der Kamera her weg. Und dann? So. Es wird so dumm aus auf der Kamera. Es wird so dumm aus. Okay. Okay. Ich zeig's dir. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. War das gut? Was ist das? Nein. War das richtig? Wir sind immer ganz drauf. 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 Wir sind immer wieder zurück dann. Ja. Okay, okay, okay. Auf dem Grasen? Nein. Auf dem Grasen. So ein Rotz. Das ist voll gut. Das ist voll gut. Das soll gut sein. Okay, jetzt machen wir das nächste Zick. Das war schon wunderbar. Das war schon wunderbare. Eine wunderbare tänzlerische Leistung. Warte, warte, warte. Wir müssen so tun, als würde ich aus dem Arsch purzen. Das geht gar nicht, doch. Das ist voll Johannes in den Schnitt. Das ist immer ein Zapp. Darf man das aus? Nein, du dumm. Okay, okay. Also ich will mich hier so hinstellen, damit man uns nicht sieht. Und ich pups dann so. Nee, ich muss richtig doll furzen. Das ist irgendwie nicht, ich glaube in dem Feuer. Ich würde sagen, ich mach das nachher in After Effects. Das ist so dumm. Okay, das ist so dumm. Das ist das finale Tiktok. Okay, das nächste Tiktok ist... Ihr kennt's ja alle. Oh, nee, Digga. Die LR Weltermulls. Ich würde einfach nur da stehen und sagen, Bruder, ich nehme den nächsten Fahrstuhl. Tschüss. Nein, nein, wir müssen das nachstellen. Wir machen die Tür auf und dann müssen wir so richtig hässlich so... Oh Gott. Nein, warum machen wir, Digga? Wir machen das. Bruder, das lässt du nicht hoch. Wir sind der LR Weltermulls. Das wird so viel Hate geben, wenn du so holst, Digga. Bitte lad das nicht hoch. Nee, was ist das hochladen? Ähm... Nein. Okay, okay, okay. Die LR Weltermulls. Halt die Klum, laden uns bitte ein. Das ist super toll, aber ich muss mir gucken, wie krasse Geschwister ihr seid. Deswegen müsst ihr diesen Test testen. Ja, das ist jetzt 3 mit 4. Jaaa! Du musst jetzt teleportieren, Ler. Du musst überlegen, welche Zahl ich mache. Ah. Also ihr müsst einfach... Das ist einfach gerne. Das checkt jeder. Was machst du? Schau das in meinem Video jetzt auf. Was? 3, 2... Und Zahl! Und Zahl! Und... Zahl! Und Zahl! Und... Zahl! Und... Und... Zahl! Und... Wir hatten welche gemeinsam! Wir hatten welche gemeinsam! Wir hatten welche gemeinsam! Schau es an! Nein! Oh! 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 Und da... Oh! Oh! Oh... Und das waren die 100 Euro, Digga. Du musst immer zu sehen sein. Wie? Und jetzt weg? Jetzt, ja. Perfekt reingestellt. Warte mal, ich muss... Das zählt, das zählt. 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 Dankeschön. Das nächste zählt wieder ein wunderbarer Tanz. Ja, das kenn ich auch. Echt, hast du das? Ja. Dann müssen wir wieder draußen machen. Wie müssen wir das machen? Erst so, nach oben. So, so, so. Dann so aneinander, so. So, so, so. Das war perfekt. Das war perfekt. Das ist das beste TikTok der Welt. Ah, das ist roter Bild. Das hab ich morgens schon im Auto gezeigt. Wir müssen so lecker die von Flash nehmen und dann Flash da so hinsetzen. Das ist sehr funny. Let's go! Nein. Nein. I'm not getting it. Nein! Perfekt. Okay, Lea. Du kennst doch Oskar, dieser Oskar. Ja. Der hat damals als Kind einen Song rausgebracht. Und das gibt das heute einen Trend zu. Ist doch niemals von dem der Song? Doch, das ist von Oskar der Song. Das ist Oskar. Scheiße. Das bleibt Peter und ich rappe alte Punchlines. Okay. Okay. Das war irgendwie so bad, ey. Ja, bad, ey. Das ist das beste TikTok, Freunde. Amazing. Das Ende ist der Hammer. Jo, ich bin der Peter und ich rappe alte Punchlines. Punch die in dein Face rein. Erster Punch rhyme. Bäh, ey. Geh weg, du Nudel. Jan, ich mag Apfelschule. Wo ist das? Wir müssten das so duetten, weißt du? Ach so. So los, so los. Los, so los. Und? Ohhhhhhh. Hey, 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 hey. Waaahhhh. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann....